Hallo und herzlich willkommen zurück zu Code Vein. Hier würde ich keinen Feind begegnen wollen. Nee, ich auch nicht, weil hier echt kein Platz zum Feinden ist. Aber, wenn ich das richtig habe, ist hier auch gar kein Feind mehr. Und wir können die geile Misten läutern. Oh, da war noch ein Geheimgang. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, das ist einer von diesen Big Boy Ritter. Oh. Regenaktivierungsfaktor. Oh, ja! Das ist ein, 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 dauerhaft Regenerationskraftverbessern. Yo! Geile Sache. Wie viel kriegen wir jetzt? Naja. Nicht so viel. Oh, voll enttäuscht. Rabenanzug. So, was kann der? Aha. Hat Blitzresistenz. Sonst. Boah, der geht sehr stark nach unten. Ah, Dunkelheitstalent. Und Entzugswerte. Und Paralysung. Okay, das ist so eine Blitzrüstung. Boah. 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 Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich finde den immer noch ziemlich geil, wenn der uns nicht so langsam machen würde. Aber, naja. So, jetzt können wir nämlich die Leiter hier hoch. Weil das ist die Leiter, wo wir eigentlich hätten runtergehen sollen. Nur wir haben einen kleinen Abkürzungsweg benutzt. So, damit haben wir die Map zu 100% erforscht. Und wir können, äh, hier lang, hier lang. Äh, ich gehe nicht zu Fuß daher. Ich gehe nicht zu Fuß. Wir machen einen Teleport. Das geht einfacher. Ich wollte eigentlich Feuer auf den machen, aber es hat nicht funktioniert. So, wir haben wieder 10.000. Können wieder einen Leveler fahren. Wir machen noch ein zweites Leveler. Wir machen noch ein zweites Leveler. Also, egal. Ich mache jetzt die 1.000. So. Achso. Teleport. Äh, und zwar... Der gefrorene Meeresgrund. Ja. Jo. Boss time. Oh, Wasser. Ist Wasser. Das ist ein sehr großes Schwert. Ach, du Scheiße. Oder ist es doch kein Schwert? Das ist... Oh mein Gott. Ähm... Hilf mir! Unersättlicher Despot. Okay. Aber... Hä, warum... Wo ist dieser Vixie? Hier. Die! Ja, geil. Oh, nice! Oh, nice! Oh! Was ist das? Ohhhh, mein Gott. Pfff Auwaa! 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 Die Boah, unersättlicher Dispot, gekillt. Der war einfach. Der war, irgendwie war der einfach. Also, da fand ich manche Gegner schwieriger, die auf den normalen Wegen waren. Nö, der war okay. Der war okay. Der war okay. So, woher du dich an? Ich weiß nicht, was ich hier passiert? Was ist das? Ich weiß nicht, dass hier die Schmerzen sind. Was ist das? Ich weiß nicht! Die Schmerzen sind hier von den Schmerzen. Das komische Geschwabbel hat sich verabschiedet. Was ist das? Das ist nicht sicher. Das ist ein Hunter. Aber das ist ein Freund, oder? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich die Frau von mir entfernen kann. Was ist das? Was ist das? Toll der ist einfach abgehauen Was für ein Loser? Der haut einfach ab Und können wir bitte wieder so eine Träne mitnehmen? Oh, Dunkelsucher, hey Nice So Die Voice von der war auf jeden Fall cool War ein schönes Lied 100 Prozent, ne? Items gibt's auch nicht mehr, soweit ich sehen kann Gut, dann machen wir einen Teleport Und zwar in die, ähm In diese Richtung Warum? Weil da dieser komische Händler war Machete Ein großes Hackmesser aus einem Stück Stahl Okay So genau den Typen meine ich Da Merk für die Material abgeliefert Ja Kostbarkeiten erwärmen Also was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass diese Blutenperlen geil sind für Mr. hier neben uns Ähm Ich Probier jetzt was anderes Und zwar Gucke ich jetzt mal Was die beste Kostbarkeit ist Für Luis Mag Mag Bücher Luis Mag Bücher Ja, das ist eigentlich ziemlich geil, ne? Wenn wir davon nämlich mal Ja, wir haben 24 Punkte bei ihm oder so, ne? Wenn das 5 gibt 10 15 15 20 25 30 Sollte ja ihm angemessen sein, oder? Ja Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verstanden habe, war das gut Ähm 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 Hm Okay Das ist ein Retro-Spiel Das ist ein Retro-Spiel Das ist ein Retro-Spiel Aber das Rinn Das war Rinn, ne? Lin-Mula-Samee Was mag die? Keine Ahnung Keine Ahnung Stimmt Ja Käse Ich hol den Käse Wo geht's eigentlich hier lang? Wo geht's eigentlich hier lang? Wo geht's hier lang? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Warum kann ich unendlich rennen? Nein, hier waren wir noch nicht Und da sind zwei Leute Wo sind wir? Hä? Hä? Wir haben keine Map-Anzeige Warum haben wir keine Map? Warum haben wir keine Map? Was ist das für eine Mistel? Ach, Zentrum der Ruinen der Stadt Äh Hi Hey Oh, das ist so ein Quasi so ein Quest-Monster Was da ist Das ist so ein Wirklich? Was das... Wie war das? Was war das denn? Was war das größte an? Das ist das ganze unein. Ich habe gemerkt, ich habe eine gauche Zeit unftスpann. Er hat gewonnen. Der hatte einen Rettung und der Töne schreien sich in der Tat. Ja, genau. Dieser riesige Rettung ... ... die beiden haben mich verletzt. Wenn ich mich bis nach Hause bin, ... kann ich mich noch ein bisschen mehr daran denken. Nun, ich danke dir für dich, was du. ... Ja? Cool. Eine Nebenmission abgeschlossen. Cool. Hey, voll nice. Oh doch, das Ding heilt schon ein bisschen mehr als vorher. 100 oder 150 mehr. Misty. Ja, ist mir egal. ich werde ich eh nur gerade zu dem Typen da man muss ja auch ein bisschen farben da unten da waren wir schon mal da sind doch die die am Pen sind so irgendwie weiß ich wie er uns verfehlt hat warum werde ich eigentlich so extrem schnell ins Wanken gebracht das ist mega asozial das ist echt mega asozial dass ich der einzige bin der nur ins Wanken gebracht werden kann ach das war die fettlady hier das ist 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 das Verlorenen drüben im Haar. Wo muss ich denn dafür hin? Ach, da können wir hinreisen. Komm. Geht schneller. Geht schneller. Da. Es müsste hier gewesen sein. Ja. Perfekt. Oh lol. Kohlensplitter L. Kohlensplitter. 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 Na, geh mal die anderen Gebieten an, vielleicht gibt es da noch was? Ne, da gab es nichts mehr, weil wir waren ja hier und da hat es uns nichts mehr angezeigt. Hier waren wir, hier waren wir und da, ja, dann können wir in die Basis. Dann können wir in die Borsis, die Borsis. Das Ring, ja, Murasame. Äh, tauschen, Kostbarkeit geben. Oh. Schade. Ja, das war okay. Jetzt haben wir 10. Wir können eine Lobgeste erhalten. Ein Hephaistos-Krom, was ist das? Paralysierender Gegenstand. Ja, ne. Sareja. Sareja. Yo, moin. Willst du Käse? Wie heißt du nochmal? Koko, das ist Koko. Ah. Das ist Koko. Komm, ich geb dir mal. Okay. Ausdauer, Verstärker. Hä? Wiss ich gar nicht. Ich hab die Erholung. Mit Zufallsentdeckung. Muuu. Ausaktivator. Boah. Mehr Koko. Hemmenden Eigenschaften. Hier kann ich eh nix. Warum verkauf ich keinen Stahl? Ne, ich komm nicht wieder. So. Na. Genug gesessen. Genug gesessen. So. Ne, nicht Partnerschaft verenden. Kostbarkeit geben. Ja, das ist gut. Und wir können... Mata... Mata... Mata. Mata... Glaub dir nochmal? Wir haben... 53. Wir können... ...das ist ... ...und ein geiles Schwedbuch. Uuuuuh... Yes. Das... ...ist... geil. Das ist... ...richt... ...IG. Achso, er macht dieses Verringerung durch. Cool. Oh, yes. Beständiges Blutrot. Klar, die Damage-Thinger sind nicht so geil jetzt, aber es ist halt auch ein Einhänder, ne? Aufwerten. Warte. Das beständige Blutrot würde ich gerne aufwerten. Das kostet auch nur Königin-Eisen, deswegen... Bitte, du bleib bei... Ach, die braucht natürlich wieder Stahl, da. Ah, die braucht natürlich wieder Stahl. Abendrot hellwale. Die ist ja voll stark. Labius des Tyrannen. Die sieht ja geil aus. Das wäre eine Waffe, oder? Das wäre doch eine Wechselmöglichkeit. Ich weiß nicht, was die für Effekte... Dinge hat. Ähm... Die macht mich auch nicht langsam, tatsächlich. Die hat aber auch wesentlich mehr Damage-Boost. Ich werde die mal leveln. So. Weiter geht's eh nicht. So, die hat jetzt 492. Die ist ein bisschen stärker als die. Die? Ha. Können wir mal gucken, ob man mit dem Ding spielt. Diese Abendrote hellbade. Warum habe ich die nicht gelevelt? Ich finde, die ist ja eigentlich vom Damage her saugeil. Auf jeden Fall stärker als das Ding da. Das war ich. Wow. Stärke A. Wir haben ein bisschen weniger Verteidigung, aber Damage-technisch. Auch die Skalierung geht richtig geil da oben. Und die Ausnahmereduktion geht auf minus 10 runter. Das ist ja mega geil. Dafür darf ich so ein bisschen Verteidigung verlieren. Eine Doppelachs, die in stumpfen Gold glänzt. Warum macht das so einen komischen Zaun, wenn ich so rübergehe? Hä? Achso. Der Mädchen ist die echt... Ich würde mal testen. Hallo? Oh, yes. Okay, wir machen ungefähr 3500 Damage mit dem Ding. Ah, mit der sind wir langsamer. Machen ein bisschen mehr... 301 machen damit. Ah, wir machen schon ein bisschen mehr Damage. Aber overall macht das insgesamt mehr Damage. Und die Ausdauerreduktion geht halt krass da unten. Da ist ja klar. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Ding hier. Oh, das sieht richtig geil aus. Boah. Ah, ist okay. Ist, ist okay. Kommt jetzt noch nicht an die ran. Warum auch immer. Verstehe ich jetzt nicht. Weil, obwohl die ja eigentlich mehr Damage macht die hier. Aber wahrscheinlich sind wir eher auf Geschick geskillt aktuell. Anstatt... Weil die macht ja... Grundsätzlich macht die mehr Damage. Denk müsste ja eigentlich auch mehr, ne? Wir werden es mal probieren mit dem hier. Weil der macht bisher am meisten Damage. Ja. Der macht am meisten Damage von allen. Und wir sind super schnell damit. Glaube ich zumindest. Na ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.